Moin, hallo und herzlich willkommen. Matze hier und... ...mö, sieht alles gar nicht gut aus. Ich will die Waffe... ...ins Doms schleppen. Und die Roller, ich hab gar nichts an. Mö, ne, da plus 70 FPS, ich weiß es nicht. Oder jetzt mal wieder 100. Das ist auch relativ ok. Ich will einfach nur ins Doms... ...das Zeug wird reinpacken und fertig hält sich da. Muss ich das eigentlich alles am Stück machen? Ne, ich darf bloß keine Skeps erschießen. Warte mal... ...hab ich die Quest überhaupt. Ja. Hm, ich weiß es nicht. Die kommen doch niemals ins Doms an. Da hängen doch die PMCs rum. Das ist doch... ...irgendwie auch dämlich. Wenn es die PMCs nicht sind, sind es Tests. Was, was soll ich... ...wie soll ich denn da reinkommen, Alter? Die knallt mich doch ab. Die Quest hat ihren Namen echt verdient. So, vorhin mal eine Runde... ...Lighthouse gespielt. Lokal, so wie jetzt hier. Ist für mich nicht spielbar. Ich habe dort... ...45... ...35... ...bis 50 FPS. Kannst du vergessen. Dann habe ich einen... ...Scaf ran gemacht. Da hatte ich mehr. Da hatte ich 70 FPS. Bis... ...Hochspitze auf 100 FPS. Fühlte sich aber nicht so an wie 100. Muss ich gleich nochmal dazu sagen. Es fühlte sich überhaupt nicht an wie 100. Weil es war auch... ...es war auch ein Geruckel. Also bis gerannt zwei Meter, dann... ...hings wieder. Obwohl die FPS... ...100 angezeigt hat... ...war es... ...kein flüssiges Spiel. Ist hier überhaupt Munition drin? Nö, habe ich gar nicht. Da wird sie ihn rausgenommen, verkauft. Was? Hier liegt nie was, Alter. Das sind doch Ammenmärchen. Das hat sich doch mal einer ausgedacht und... ...lacht sich heute noch drüber kaputt. So, wo gehe ich denn nun rein? Das wird doch nichts. Das ist doch... ...zum Scheitern verurteilt. Aber ich... ...klebe euch Brünfe Siegel. Hätte ich eine Waffe mit... ...und eine Body Armor... ...hätte ich auch Skeps erschossen. Und damit wäre es eh sinnlos gewesen. Da hätte ich zwar mein Zeug... ...noch, aber... ...da warte ich halt bis es... ...bis es wieder zurückkommt. Ich weiß es nicht. ... ...die drei kommt man ja nicht rein, ne? Das wäre doch zu einfach. Mann 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 Mensch. Oh, my God! What's wrong with me? I'm s***ing a dick! It's so bad! You idiot, come here, son! You think you're a dick! You're a dick! You're a dick, son! Come here, try to scare me! I can scare you myself! You idiot, you're a dick! You're a dick! You're a dick! Völlig außer Randomband. Der ist sauber, weil ich nichts anderem habe. Anstatt, dass er sich freut. Soll ich mal ein ordentliches Gemächt zieht. Also wahrscheinlich dann... Oh! Okay. Wann mal, müssen wir da noch ein kommen? Ne, nur den Flash-Drive besorgen. Und platzieren. Lassen wir die mal weglaufen. Vielleicht haben die hier die Schnauze voll. Okay. 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 Ey, Okay. 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 Sollschbild. Okay. Das müssen wir im Grunde aufpassen. Bis zum nächsten Mal. Hier habe ich 100 FPS und das fühlt sich gut an. Hier habe ich 100 FPS. Und... Hm. Ich bin etwas schweigsam, weil ich angespannt bin. Oh, das wäre einfach der Erste, wenn wir das schaffen würden jetzt. Bestand ein. Lassen wir den mal weglaufen. Da wollen wir nicht ewig rumstehen. Hoffe ich. Ich bin etwas schweigsam. Wollen wir es riskieren. Ich bin etwas schweig. Ich bin etwas schweig. Ich bin etwas schweig. Oh, wir haben die Quest geschafft. Jetzt muss ich bloß noch rauskommen. Ich bin etwas schweig. Ich bin etwas schweig. Ich bin etwas schweig. Ich bin etwas schweig. Und die Quest in einem Stück gemacht. Geil. Schade, dass das Boot nicht da ist. Das Boot. Schmackler-Boot. Schade, dass das Boot nicht da ist. Aber Crossroads sollte man schaffen eigentlich. Wir versuchen es. Wenn es nichts wird, werden wir mit der Quest-Ration abgeschlossen. Und was ist das Wichtigste? Was ist das Wichtigste? Scheiße. Der verliert gleich die Lust. Mann, da hinten ist es. Der verliert gleich die Lust. Ich glaube, da hat die Schnauze schon voll. Das ist immer noch da. Das ist das Wichtigste. Blöder Hund. Aber wir haben die Quest fertig. Man erschreckt sich trotzdem immer wieder, wenn es knallt. So, Witek, wo ist ein Junge? Was willst du von mir? Das ist das Wichtigste. Bis zum nächsten Mal.